Ich habe die Aura-Kamera da schon stehen und ich freue mich auch schon darauf, wenn wir da mitarbeiten können, weil es ist einfach ein super Tool und ja. Ich muss sagen, ich kenne sonst überhaupt niemanden, der sowas macht. Also das ist außergewöhnlich. Es ist ein bisschen eine Nische. Also es ist ja so, dass rein von der Interpretation, von der Aura her, schaut es ja so aus, dass ich das eh so wahrnehmen kann und meine Kunden kennen das ja schon, wenn die zu mir kommen. Das heißt, du brauchst eigentlich keine Kamera? Nein, ich brauche es nicht. Aber was mir sehr gut gefällt ist, ich mache auch gerne so Vorher-Nachher-Fotos mit den Kunden. Also vor einer Sitzung, nach einer Sitzung und da sieht man dann, was passiert ist. Also was sich getan hat, im Energiefeld und das hilft dann auch dem Klienten einfach zu visualisieren, aha, da ist wirklich was geschehen. Ich meine, ich spüre es zwar schon, aber das ist halt einfach noch einmal so ein bisschen ein Beweis und jetzt freue ich mich, wenn man das heute dann schaffen kann. Ja, also ich finde das gut, wenn ich irgendwo was machen kann und dann habe ich noch was in der Hand, was ich für mich daheim noch ein bisschen Aufnahme. Das macht auch Sinn, weil wenn du nach einer Sitzung von mir bist, bist du gerade in einer harmonisierenden, heilsamen Energie, sage ich jetzt mal. Und wenn du dir das Bild anschaust, dann auch nach einer Sitzung, dann kommst du eigentlich von der Erinnerung her wieder in diese Energie rein. Ja. Wie bei einem Urlaubsfoto, wenn du sagst, jetzt schaue ich mir das an und da liege ich am Strand oder bin gerade an der Strandbar und trinke was und dann riecht man wieder das Meer und hört die Möwen. Und darum macht es auch Sinn, sich so ein Foto dann auch mitzunehmen, weil man eben, wie gesagt, ein bisschen so diese Interpretation drinnen hat und Inspiration wieder hat und das kann man sich mitnehmen. Da wäre jetzt alles bereit. Bitte. Jetzt sind wir schon im Fotostudio. Aufgeregt? Ja. Also, das ist jetzt mal die Aura-Kamera. Die schaut aus, wie so ein altes Wilder. Ja, voll geil. Wie die alten Fotografen. Ja, genau. Und das finde ich eigentlich so cool. Das ist damals mit Fujifilm, das hat das funktioniert, also mit so einem Abziehfilm. Das war da drinnen, da hinten. Aber der ist leider nicht, der wird nicht mehr produziert. Und jetzt ist das auf digital. Jetzt ist es ein bisschen, ich finde, der raue Charme der Kamera hat ein bisschen gelitten. Aber die Technik ist eigentlich verbessert worden. Das heißt, die Fotos schauen eigentlich fast noch ein bisschen klarer und crisper. Ziel ist natürlich, wie gesagt, wir nehmen die Aura auf. Ich habe jetzt vorher noch nichts über die Aura gesagt. Du kannst dir das so vorstellen. Es geht darum, etwas Unsichtbares sichtbar zu machen. Man kann sich das so vorstellen. Du hast Gefühle, du hast Gedanken. Und so wie du das visualisieren kannst, so würde die Aura in etwa dargestellt werden. Das ist so ein Bild deiner Lebensenergie, wie du drauf bist. Und das wird jetzt da in der Farbe, in der Kamera so färbig dargestellt. Ich persönlich sehe das Energiefeld ein bisschen anders. Ich sehe das meistens so gold oder rauchig, so ein bisschen. Also so als Schein, wenn ich das visualisiere. Also ich sehe es nicht so, wie es dargestellt wird, kann aber das interpretieren. Beziehungsweise wenn mich wer fragt, welche Farbe das ist, da geht es ja nur um die Frequenz, kann ich das natürlich schon sagen. Aber ich selber würde das anders wahrnehmen. Abgelesen wird das Ganze über diese Handplatten da. Okay, sind das so praktisch? Die haben wir da. Genau. Also ich kann es eh mal herzeigen. Das sind Sensoren oder was? Genau. Das sind Sensoren und die nehmen dann quasi so diesen Hautwiderstand, also die Temperatur auch ein bisschen ab und so ein bisschen den Stress kann man sich vorstellen, wird da abgemessen. Wir haben da hinten jetzt diese schwarze Wand. Einfach, dass wir einen besseren Kontrast kriegen zu den Farben, zur Darstellung. Dann wird das ein bisschen klarer am Foto. Darum ist es da schwarz. So, das Foto haben wir jetzt schon fertig. Kannst du mir schon aufstehen und dann werden wir es uns gleich anschauen. Spannend finde ich, was auch so gekommen ist. Ja, schauen wir es uns einmal an. Ich habe jetzt, wir haben jetzt zwei Fotos noch gemacht. Ich blende es jetzt eh noch groß ein, nur dass ihr seht, also wir haben natürlich vorher die Helene fotografiert und dann als zweites noch mich gleich im Anschluss. Nur, dass ihr seht, okay, die Kamera macht wirklich individuelle Fotos und stimmt das nicht ab, dass man sagt, die Raumtemperatur oder so hätte da jetzt einen Einfluss drauf. Also das ist einfach nur so die Idee noch. Und jetzt schauen wir uns einmal Helene ein Foto an. Also grundsätzlich einmal, wie gefällt es dir denn von den Farben her? Es ist ein bisschen düster. Ich meine grundsätzlich sind es jetzt nicht, also mir gefallen die Farben, ich mag blau und rot gerne, aber es ist, wenn ich es mit deinem Regenbogen-Aura-Vergleich sehr düster. Man kann das jetzt einmal einteilen, so in die rechte und linke Seite. Das ist so eine Einteilung, die ich auch beim Energiefeld mache. Und ich sage, rechts schaue ich mir eher so diese aktiven Themen an, Männerthemen und links eher die passiven weiblichen Themen. Also man kann auch sagen, rechts wäre so Job, Partnerschaft, Ziele setzen, Durchsetzungskraft und links ist dann eher so das Weibliche. Das heißt, da geht es mir um die Emotionen, um das Passive, um das Genießen-Können. Wie sehr kann ich denn das? Nur jetzt rein von der Grundfarbe her, es wäre eine gute Intuition da, das ist dieses Dunkelviolett auch. Also da merkt man, da wäre eine gute Intuition da. Ich sage jetzt wäre bewusst, weil man da ein bisschen viel im Kopf ist. Das ist so dieser weinrote Kranz, den man da sieht. Da sind viele Gedanken, wo man sagt, was soll ich machen, wo soll das hingehen, was wäre am gescheitesten. Also man grübelt viel, anstatt dass man eher dann, man würde sagen, aus dem Bauch heraus entscheidet. Also das wäre jetzt sicher ein Thema, wo ich sage, okay, hast du das Gefühl, dass du viel grübelst oder viel nachdenkst? Da habe ich schon mehr, schlimmere Zeiten gehabt. Wobei, muss ich ganz ehrlich sagen, die Corona-Zeit mir sehr viel, ich mache mir viel Sorgen. Das ist das. Okay, naja, das sind ja auch Gedanken. Über was machst du dir Sorgen? Na ja, wie das, was das mit uns alle macht und wie das weitergeht und was das für weltweite Konsequenzen haben. Also die typischen Corona-Gedanken wahrscheinlich. Okay, na gut. Ja, also wie gesagt, da merkt man halt eben wirklich so dieser Kopf, das tut ein bisschen so diese Intuition, ein bisschen bremsen. Das wäre eigentlich so ein Zeichen, wo man sagt, du schau her, du bist geführt, du hast eine gute Intuition, es wird schon passen, es wird schon gut gehen. Also da würde ich mich nicht so sehr darauf jetzt fixieren, zu sagen, dass die Sorgen jetzt so notwendig sind. Also eigentlich wäre dieses Bild so die Botschaft, zu sagen, hey, alles ist gut, du hast einen guten Draht nach oben, einen sehr guten Draht nach oben, also nutze das einfach auch. Das, was wir halt einfach da auch drinnen haben, das sehen wir da so beim Halschakra. Siehst du, da ist das so ein bisschen verfärbter. Das ist einfach so ein bisschen so ein Stressthema, kann auf der einen Seite ein Schilddrüsenthema sein, kann aber auch so ein Stressthema sein, also ein Durchsetzungsthema sein. Alles ist immer so, wie werde ich gehört, wie werde ich wahrgenommen, also das kann was sein, dass da ein bisschen ein Stau ist, beziehungsweise so wie das liegt, nachdem das so leicht nach links zieht, kann das auch mit dem Mutterthema zusammenhängen. Dass ich sage, okay, ich empfinde meine Mutter teilweise als anstrengend oder die Beziehung meiner Mutter teilweise als belastender. Also das kann sich da so im Halschakra spiegeln. Wobei mir der Teil mit den fünf Farben eigentlich recht gut gefällt hat, also persönliche. Schau dich nicht. Nein, es ist auf jeden Fall bewegter. Es ist auch sicher so ein bisschen so eine Disposition eben zur emotionalen Ebene, weil wir da die selben Farben haben, die du mit der Herzgegend hast. Das haben wir da so im Hals oben. Es kann auch sein, dass man sagt, okay, wie gehören Gefühle ausgedrückt oder kann ich meine Gefühle so ausdrücken, wie ich sie möchte ab und so oder schlucke ich da ab und so was. Also das könnte es heißen da auch. Gibt es irgendwas, was ganz speziell auffällt und wo man sagt, also irgendwas, wo wirklich Handlungsbedarf wäre? Naja, also wenn wir jetzt eine Sitzung machen würden, würde ich auf jeden Fall ein bisschen mehr so an der Erdung, am Urvertrauen, am Eigenwert arbeiten, dass wir so rein vom Kopf her das ein bisschen freier kriegen. Weil wenn du mehr die Intuition leben kannst und da muss man ja sagen, die Intuition ist ja eigentlich so wie eine innere Stimme, eine innere Führung, dann würde es da ein bisschen sicherer sein und ein bisschen klarer werden. Und ich denke, das wäre doch gut, dann kriege ich mal diesen Kopfschluss ein bisschen weg oder auch diesen Krisendruck, den wir natürlich alle jetzt irgendwo in der Zeit auch haben. Aber wichtig ist ja immer in jeder Krise, das habe ich auch, da habe ich ein eigenes Video auf YouTube, wo es darum geht, es ist immer eine individuelle Krise. Es ist nicht die Krise im Außen, sondern wie gehe ich mit der Krise. Jeder geht anders um und da kann man sicher einen anderen Zugang finden. In deinem Fall auch ein bisschen intuitiverer, dass man das Gefühl hat, okay, da geht was gut, da geht was gut aus. Also das ist wirklich so ein bisschen so eine tröstende Frequenz fast. Also das ist eigentlich schön. Ja, aber ich finde es ein schönes Foto. Ich habe auch Klienten, die machen wirklich, wenn die einmal im Monat kommen, jedes Mal ein Foto mit. Und es sind Grundthemen gleich, diese Grundblockadenthemen sieht man gleich, aber es ist trotzdem jedes Mal anders. Also man sieht dann immer so diese Nuancen und wenn die dann... Ich habe immer so Leute, die kommen einmal im Monat oder alle zwei im Monat und die lassen immer so Vorher-Nachher-Fotos machen und die finden das dann immer ganz cool. Also kann man auf jeden Fall machen und wie gesagt, die Technologie habe ich da, die Kamera habe ich da und jederzeit gerne einen Termin ausmachen zum Auer-Foto. Sehr gerne. Und danke an die Helene, dass sie sich heute zur Verfügung gestellt hat. Ja sowieso, ich meine für mich war das sehr spannend. Wir machen jetzt ein bisschen was, wenn es geht. Vielen Dank.